Hallo und herzlich willkommen. Heute geht unser Newsletter schon in die dritte Runde. Und natürlich lese ich Ihnen auch dieses Mal gerne die neuen Themen auf diesem Wege vor. Bevor wir starten, gibt es noch natürlich die Auflösung zum Oktober-Newsletter. Da hatten wir direkt mit unserer allerersten Meldung geschummelt. Was tatsächlich genau 58,8% von Ihnen, unseren Lesern, richtig erraten hatten, nicht schlecht. Aber wie schaut es heute aus? Hier kommen unsere November-News. Wo haben wir geflunkert und was entspricht der Wahrheit? Meldung Nummer 1. Ist es richtig, dass tatsächlich die Mehrheit der Banken, und zwar nicht etwa nur bei uns hier in Deutschland, sondern weltweit bisher ihre Digitalisierungsziele komplett verfehlt haben? Was ist da los auf dem Finanzmarkt? Meldung 2. 1,6 Milliarden Euro. Wahr ist schon mal, dass diese Summe nicht meinem aktuellen Jahresgehalt entspricht. Aber ist es die Summe, die seit Einführung der DSGVO 2018 in Europa bereits an Bußgeldern bezahlt werden musste, aufgrund von Gesetzesverstößen? Oder haben wir das frei erfunden? Meldung Nummer 3. Hat Google den Start des neuen Web-Trackings Analytics 4 von 2023 um mindestens ein Jahr nach hinten verschoben? Richtig oder falsch? Meldung 4. Meldung 4. Ist die Digitalisierung von Kontakten im deutschen Mittelstand das Thema Nummer 1, wenn es um die konkrete Umsetzung der Digitalisierung geht? Oder haben die Unternehmen etwa eine ganz andere Top-Priorität, um die digitale Transformation in die Praxis zu bringen? So und jetzt ist es wieder an Ihnen, die Lüge zu entlarven. Bitte gehen Sie dazu wieder in den Newsletter und ganz, ganz unten finden Sie den Button zum Mitraten. Finden Sie gemeinsam mit uns heraus, wo haben wir geflunkert und was stimmt?